Musik Hallo liebe Moba-Freunde Hallo Wir begrüßen euch zu Film 33 Jawohl Kleberkästalk Nummer 8 Und wie angesprochen Der Alex hat gesagt, nicht Starrgast Aber für uns ist es ein Starrgast Genau, für uns ist es ein Starrgast Der Alex Scheidmann aus der Schweiz Genau Besucht uns heute, das ist uns eine große Ehre Ja, das ist eine sehr große Ehre Für mich ist es eine große Ehre bei diesen Profis mal dabei sein Weil er unserer Meinung nach Die schönsten Bäume, die schönsten Felsen Und was weiß ich, was machen Nicht übertragen Mit viel Liebe und mit viel Geduld Und mit viel Anspruch an dich selber auch Er ist eingeladen zum Leberkästalk Und da kommt jetzt aber gleich von mir die Frage Wo ist er denn wieder? Der Leberkäst? Ja Ja, Bahn war pünktlich Der ist tatsächlich mal live, oder? Ja, ja Der ist immer zu spät Nein, nein, der ist immer rechtzeitig Also, wir machen keine Reklame, keine Werbung Aber heute zur Feier des Tages Gibt es einen Doppelbock-Dunkel von Coca-Cola Das gönnen wir uns heute Und Alkohol Also alkoholfreier Doppelbock von Coca-Cola Und jetzt geht es dann das klassische Prost Prost Das klassische Essen Ich habe ein extra zur Verkäuferin gesagt Wir haben einen Starrgast aus der Schweiz Der hat eine lange Anreise gehabt Die Scheibe, die muss Die Scheibe, die muss ein wenig dicker sein Ja, während die Herren auspacken Wir haben heute schon Freitag Der 16. September Warum kommt der Leberkäst Erst am Ende der Woche? Ganz einfach Ja, ist ja gut jetzt Weil der Alex heute kommt Und dann verbinden wir das alles miteinander Der Michael ist auch erst seit gestern Seit gestern war Und deswegen machen wir das heute Das heißt praktisch das Material Für den Film ist eigentlich schon im Kasten Aber der Leberkästau fehlt noch Und den wollen wir euch ja nicht missen lassen So Genau Was haben wir denn diese Woche alles gemacht? Was erwartet euch in dem Video? Oh, vieles Also ich habe an der Digitalanlage Den Bahndamm weitergestaltet Also begrünt, begrast Und das eine oder andere Zyklen fahren lassen Das ist auch gefilmt Die 3 Sechstel Und da habe ich jetzt die Waggons dazu Und der Michael hat wie versprochen Das Alterungstätorial gemacht Genau In einfachen Schritten Also wie gesagt So wie ich das mache Es gibt andere, die können es besser Ja, wie gesagt Bei allen unseren Videos Und Sachen, die wir zeigen Erheben können Anspruch auf Vollständigkeit Und auf alleiniges Copyright Oder irgendwie sowas Das geht ja mir genauso, Alex Oder? Ja Wenn du irgendwas bastelst Oder was zeigst Auf YouTube Dann kommen dir auch immer so Die Kommentare mit Ja, aber Ja, klar Klar Du kennst das ja auch Erkennt Aber eben Landschaftsbau ist halt Auch eine Leidenschaft Und braucht Zeit Und wie Jürgen gesagt hat Man hat auch immer höhere Ansprüche An sich selbst Und man will sich auch verbessern Und niemand ist perfekt Und ja Ich habe auch gern Wenn man kritisiert Aber einfach sachlich kritisiert Genau Das ist manchmal Ja Das ist manchmal zu wünschen Lieber ich Ja, genau Deswegen bringt ja bei uns Auch immer diese Kerze Guck mal Die steht für Respekt Eigentlich Nur für Respekt Ist jetzt für niemand Besonderes Aber nur allgemein Habe ich gesagt Zünden wir da auch mal Eine Kerze an Genau Weil wir stehen auch für Respekt Noch nie ein anderer YouTuber In irgendeiner Art und Weise Diffamiert Oder gesagt Das was man macht Ist nichts Nein Ich habe dir letztens Thomas Ein D-Kuppler Habe ich geschrieben Du, wenn die Wiese Lila wird Ist sie halt Lila Ja, wenn derjenige das so will Soll er so machen So Gibt es heute eigentlich keine Überraschung Doch Es gibt sogar zwei Überraschungen Jetzt ist die Frage Willst du klein anfangen Ja Und mühsam Oder willst du groß und einfach haben Klein Also gut Klein Weil auf dem Weg Ins Studium Kam mir schaut Der Postbote entgegen Hat mir Respekt In Hand drückt Du, wenn du eh Zum Jürgen Gaus Nimmst du das bitte mit Unterschreib mal Der Absender Sieht man mal Noch der Verpackung Außer als Kämpfer aus Güppinge Okay Da sage ich jetzt mal Viel Spaß beim Auspacken Ich habe nämlich schon das Messer da Aha So halt mal Die Schnur können wir noch Für irgendwas brauchen Die wird nicht Verboten Anderen Der Schweizer Hinterm Kreuzringer Seemuseum Vielleicht einen Baum draus Da ist kein Draht drin Ja macht nichts Da wird es halt ein verweilter Baum So Fertig Sagst du Du fangst ja schon Hast du das verpackt Ja klar Ach du meine Güte Das benutzt ja auch immer so gut Wenn die Familie sagt Gimmel die Geschenke Wissen wir von ihnen Genau Ein Jubiläumswagen Genau Aber ein besonderer Jubiläumswagen Also da kann man sich nicht Von der Verpackung beschweren Das ist ein Startup Wagen Von Merklin Und zwar hat er ein ganz besonderer Das ist aber jetzt auch keine Donnerbüchse Neu Das ist eine Nebenbahn Länderbahn Wagen Und warum ist da Satellitenschüssel dran Ganz einfach Die Frage habe ich erwartet In dem Jubiläums Wagen Für 2000 Abonnenten Von Jürgen Schwäbisch Eisenbeinle Und nachher später mit dem Doktor Retro In dem Sonderwagen Da sieht der Bahnreisende Während der Fahrt über Satellitenschüssel Unsere Videos Ach ganz toll Und wer hat das draufgeklebt Merklin oder du? Also der Wagen kommt von Merklin Und der Rest ist das meiner Werkstatt Beziehungsweise Die Satellitenschüssel Die habe ich still unheimlich bestellt Und nachdem gestern Ich mit meinem Händler telefoniert habe Der hat gesagt Du deine Schüsseln sind da Darum bin ich noch geschwind zu einem Okay super Schön Ich denke mal Mit vollem Rundbetten Normal eigentlich nicht Entschuldigung Ich habe Hunger Ich denke mal Der Wagen ist Besondere Ergänzung Zu deinem anderen Wagen Was du ja schon hast Der kommt übrigens Nach einem späteren Film Hoffentlich auch noch Der kommt im nächsten Film Ist der dabei Wunderbar Da haben wir ja schon Der erste Der erste Sonderzug Eigentlich Auf den Schwäbischen Gleisen von Jürgen Ja den stelle ich mal da her So Gut Und Cool Und das nächste Sind wir so gierig Das darfst du jetzt auspacken Ich frage mal nebenher Der Alex noch was Wie ist es denn in der Schweiz Mit den Modellbahnen Ist das eine Autogengemeinschaft In der Schweiz gibt es extrem wenige Wenn ich es mal meine YouTube Videos Anchaue in der Analytics Sind es 5% Schweizer Die schauen Okay Fast 50% Deutsche Und da kommt Holland England Und so Aber Schweiz Ist sehr wenig Ich weiß nicht woanders Das liegt Ich kann nicht sagen Es hat einfach viel weniger Oder viele Vereine Es gibt schon viele Vereine In der Schweiz Aber ich weiß nicht Was ich immer arbeite Ich weiß schon was da drin ist Ist das sicher Ja eine Fahne Eine Das glaube ich nicht Ach du mein Ist das für das Fest oder Zum Aufhängen Auch vielleicht auch in der Tombola Im Preis Ich weiß nicht was uns da noch einfällt Aber ich kann dazu sagen Da gibt es einen schönen Begleitspruch Irgend hat es ja schon gesagt Da ist eine Fahne drin Beziehungsweise sind zwei Fahnen drin Und bei uns auf der Arbeit Seht man Ist der Lappen oben Ist der Lump zu Hause Auf Hochdeutsch Ist Zuhause Fahne Ja Ich muss so umhalten 60 mal 90 Zentimeter Flagge Ist der Lappen oben Ist der Lump zu Hause Cool Mein Nachbar hat eine Fahne Im Ausstimmkarten Ja Es hängt immer Entweder Baden-Württemberg-Fahne Oder ein AFB-Stuttgart-Fahne Den frage ich mal Ob er mir mal aufhängt Das ist cool Also ich werde hier verwöhnt Siehst du Ja Er bringt immer irgendwas daher Ja Super Micha Dankeschön Bitte bitte Jetzt habe ich natürlich auch noch etwas Kleines mitgebracht Weil ich dachte Wenn ich schon mal hier so Die Ehe habe Einladung Hier die Wirkung von Michael Da muss ich auch etwas mitbringen Aus meiner Werkstatt Und äh Ja Da fange ich mal Ich habe zwei Ich dachte ja zuerst etwas vorbei Ich sagte Nein das ist schlecht Weil Das geht nicht gut Also zuerst mal Was ich für den Jürgen Die muss ich mal hier auf die Seite Die muss mich nicht Ja Also Achtung Da haben wir gerade Da wollen wir gerade zu schön achten Ne Das ist für den Jürgen Das ist eine Eiche Die schon ein bisschen langsam herbst Die Eiche fährt Mit der Rinnenstruktur Ich hoffe Du findest irgendwo Ja Das noch gerade Rauskommt Ich hoffe Du findest einen kleinen Platz Auf deiner Anlage Um die Eiche reinzupflanzen Die kriegt Das ist ein Solitär Die steht alleine Und da haben wir auch alleine Gewinnstrukturen Bisschen So Und Bisschen Begrünen Also hier Da drüben ist sicher Die Kathedrale Weißt Ja Und die wird ein bisschen erhöht Echt aus wie Baumwinde Mh Richtig Gigantisch 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 Vielen Dank Ja bitte gerne Bitte gerne Da gibt es ja bestimmt Dann auch der Gscheitmann Für den Dr. W. oder Michael Habe ich natürlich auch noch etwas mitgebracht Ui Aus der Schweiz Jetzt bin ich gespannt Ich muss mich da mal Kurz abtauchen Dass ich hier nichts kaputt mache Also Leute Heute ist Weihnachten ist ja hier schon 100 Tage Der Michael macht ja viel mit Wasser Und am Wasser sind ja auch die Trauerweiten Und da habe ich mal eine gemacht Ich sage nicht genau Eine etwas länger gemacht Und die passt ja so am See Und da habe ich gedacht Die würde sicher irgendwo Ja Vielleicht auch die Retroanlage Ja klar Natürlich Also du Und Ja Der Alex müssen wir öfters einladen Ich glaube es auch Ja Kennst du den Alex müssen wir öfters einladen Ja Wahnsinn Schaut euch das mal an Da stehe ich auch mal auf Und zeige es einem die Kamera Schaut euch mal den schön Vielleicht noch die Dingfransen noch ein bisschen zupfen Weil es ist Und Transport ein bisschen Das mache ich nachher Also das sage ich auch vielen Dank Lieber Alex Da bleibt ja der Mund offen stehen Ja Das ist die Eiche da Also super Jetzt habe ich noch etwas für euch beide Auch für uns beide Ja Jetzt geht es aber los Du Ihr könnt euch da drei Bäume üben Hab ich noch ein Anschluss gemacht Ja Danke Genau Cool Die Deutschen fragen mich immer Was ist das genau Das ist ein unmantelter Draht Das ist super Weil das Leider wegen Veräppeln Schlange aus dem Korb Weißt du Ja genau Ja Wahnsinn Jetzt sind meine Kiste leer Ja wunderbar Alex vielen Dank Bitte 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 gerne Aber das ist toll Das kann man mal üben Ja Das sind 200 Meter Bei meiner letzten Eiche habe ich ja die ganze Rolle gebraucht Oh je 200 Meter gebraucht Den Kriegsschuh in Deutschland nicht Also mir hat Den Tee die Gibt es aber da gibt es auch einen Friedrichsafer Sonst muss ich mal großartig auch bei der Lahn Die gibt es die Die habe ich mal entdeckt Ich habe etwas gesucht Was immer den Draht immer noch ummanteln Und damit Leim viel mehr Arbeit Und da kannst du mit der Kühlschrei einsprühen Und dann die Rinde machen Und das hält super Und da ja Also Alex Vielen vielen Dank Vielen vielen Dank Ich freu es riesig Dass wir so einen Star-YouTuber aus der Schweiz sitzt Ja für uns ist das so Für uns als Neugendstänger Als Grünhörner Eigentlich hätten wir mal so eine Krawatte als hier Ein roter Teppich hätte man eigentlich noch braucht Ja gut ein grüner Hotter Da hast du schon man ja komplett Ja ne Hast du ja das schwarze Getränk da gekriegt Wir machen halt jetzt keine Werbung Normal gibt es ja nur dunkles Hefeweizen Genau ja Nochmal vielen Dank Ja bitte gerne Wir freuen uns jetzt auf weitere schöne Stundengespräche Austausch und so weiter Und jetzt schaffen wir dann mal weiter oder? Ich würde mal sagen Wir schaffen es mal unsere Leberkäse zum Essen Ja aber Immer in der Leberkäse-Talk können wir uns abschließen Oder hast du noch was Wichtiges? Ja eine Ankündigung habe ich noch Willst du es gleich wissen oder sollt er es noch am stillen sagen? Also gut ich sage es jetzt gleich mal Im nächsten Leberkäse-Talk wird es mit Sicherheit wieder Überraschung geben Das habe ich mir schon gedacht Das hast du mir schon gedacht? Alles klar Gut Also wir wollen jetzt weiter an die Anlage weiterbasten Genau Alex wieder zunehmen Von dem noch was lernen Er kann bei uns mal ein bisschen über die Schulden gucken Genau Und dann machen wir jetzt mit viel Spaß Machen wir weiter Ich habe noch Experiments dabei 8. Oktober haben wir jetzt alles gesagt zu unserem Fest Ja aber wenn dann die Meldefrist abgelaufen ist Dann machen wir nochmal Programmankündigungen Genau Programmankündigungen mit konkreter Planvorstellung Dann können wir dann auch die Speisekarte bekannt geben Genau Es wird ein Dreigangmenü geben Ja Senf, Wecker und Leberkäse Genau Gut also wir wünschen euch viel Spaß beim Film Viel Spaß beim Film Ihr hört von uns Ob ihr möchtet oder nicht Ihr hört trotzdem von uns So wieder Rollentausch Dr. Retro hinter der Kamera Und unser Jürgen vor der Kamera Und was macht der? Der trinkt hier Kaffee Ich trink Kaffee und mache Und was machst du? Leberkäse-Felsen Du machst Leberkäse-Felsen Oh ja, aber der wird ja riesig der Felsen Nein, nein, da wird es die Form draus gemacht Die Form wird draus gemacht Weil das ganze Thema mich so begeistert hat Dass ich gedacht habe Wir machen nochmal ein sogenanntes Tutorial Ah, also wie ein wird es gemacht? Wie wird so ein Felsen gemacht? Das finde ich ja spannend Und da sieht auch jeder eigentlich mal wie schnell das geht Was habe ich vorbereitet? Ich habe bereits mal eine Form vorbereitet Ganz willkürlich aus Rumpfaltet, rumgemacht Und jetzt will ich mal zeigen, wie ich das mache Anhand von diesem Also es riecht noch nach Leberkäse Ist das auch Grundvoraussetzung? Ja, ein wenig Fett Sag ich mal Wäre nicht schlecht Weil normal, wenn man so Formen ausgießt So Fertig-Silikonformen oder sowas Sollte man ja immer auch ein bisschen mit Spülchen Oder mit ein bisschen Öl auspinseln Das macht ja die gute Hausfrau oder der gute Hausmann Ich muss aufpassen, dass ich nicht wieder Geschlechterspezifisch werde Oder die diversen Bäcker Machen das daheim ja auch die Kuchenform Das gefettet wird Trennung So, also Genug geredet Jetzt mache ich hier Mal eine Kante Das ist so Dass der Gips nicht rausläuft Da kann man das ganz Schnell und grobschlechtig machen Dass man halt da ein wenig Die Kante hat Und dann kann ich jetzt schon Ein wenig entscheiden Wie groß soll denn mein Felser werden? Und ich möchte jetzt mal Ein länglicher Basteln Ein länglicher Felser So eine Spitze praktisch So Jetzt weitert man das ein bisschen hoch So hochkantig braucht es auch nicht sein Sonst Ja so viel Gips Wollen wir jetzt mal einmachen So Jetzt habe ich mal da eine Form Gemacht Seht man oder? Ja Und jetzt gehe ich eigentlich erstmal Jetzt ist das ja unten noch glatt Weil wenn man ein glattes Ding will Kann man auch machen Aber jetzt gehe ich her Und tiefer das Ganze ein bisschen zusammen So Da mache ich praktisch eine Felsspalte rein Und das bleibt da so So Sieht man? Ja Sieht man sehr gut Ja So das ist jetzt Das gibt noch so eine Felsspalte Wie schaut das jetzt von der anderen Seite aus? Weil wir schauen ja jetzt in die Form rein Aber wie schaut die Form von außen aus? Von der anderen Seite sieht das so aus Ah ja Okay So sieht das aus Das ist völlig wurscht Das muss kein regelmäßig das Viereck sein Nichts Das ist einfach Ich könnte jetzt auch hergehen Und da unten nochmal So eine kleine Falte mit reinmachen So So Dass man da unten noch so einen Querläufer hat So Und dann gehe ich her Ich habe nachher Ich bin vorbereitet Ich habe jetzt Moltofil Verwende ich da immer Also so einen Heimwerker Gips praktisch Und den habe ich jetzt Eingerührt In dieser Konsistenz Das ist also wie so Eine Andickte Bratesauce Sag ich jetzt mal In dieser Konsistenz Ich habe jetzt da nicht aufgeschrieben Wie viel Wasser Wie viel Gramm Moltofil Aber das kann ich Wenn der Wunsch ist Auch mal nochmal ausmessen Also so sieht das aus Und jetzt gehe ich einfach her Und Gieße das da rein Also du hast jetzt praktisch Der Teig in die Backform Der Teig in die Backform Für die moderne Hausfrau Wobei wir Energiesparend backen Wir brauchen nur Raumtemperatur Ja So und dann Das gleiche hier Das gleiche hier Und ich habe es auch nicht geglaubt Aber diese Falten Bleiben stehen Also so dünn die Folie auch ist Diese Falten gehen nicht kaputt Die bleiben so Jetzt habe ich noch ein bisschen übrig Das heißt ich falte mir jetzt gleich nochmal ein Stückchen Aber das war jetzt nur zum Zeigen So Und jetzt lassen wir das einfach trocknen Und jetzt lassen wir das einfach so Während einer Tasse Kaffee trocknen Naja während einer Tasse Kaffee Da müsste ich schon mehrere Tassen Kaffee trinken Aber bei der Stärke Bei der Dicke braucht es schon Sag mal Ein, zwei Tage bis es durch ist Oh ja gut Also die Zeit haben wir ja Eben Da macht man ja was anderes nebenzu Genau Und das war der erste Schritt Der nächste Schritt ist dann das Auspacken Das Ausformen Das Ausformen Ja Fachmännisch ausformen Und dann die farbliche Gestaltung Zeigen wir dann auch noch Und dann haben wir mal gesehen Wie man so einen Leberkäsfelsen Von Anfang bis Ende macht Weil wie gesagt Ich finde die einfach gigantisch Individuell Vielseitig Man ist an keine feste Form gebunden Und man kann sich das gestalten Wie man will Große Klammeln Und der Kostenfaktor ist ja gleich null Der Kostenfaktor ist Man braucht ein wenig Wasser Ein wenig Gips Und ein bisschen Alufolie Und vorher einen Leberkäs Ja gut Dann ist der Kostenfaktor wieder höher Wenn man vorher noch einen Leberkäs essen muss Aber man könnte ja auch So eine Alufolie verwenden Alles klar? Gut Erster Schritt erledigt Zweiter Schritt folgt bald Alles klar In dem Fall Bis bald Bis bald Tschüss Es geht weiter Im Schritt 2 Hoppala Im Schritt 2 Mit den Leberkäsfelsen Also wie ich schon gesagt habe Wir haben uns ja entschieden Dazu mal ein komplettes Sogenanntes Tutorial Also eine Bauanleitung Wie man es letztendlich macht Also ich habe jetzt hier Gestern vier Stück gemacht Die sind noch feucht Aber man kann sie auspacken Aus der Form nehmen Das mache ich jetzt mal Mit einem Also ich drehe den jetzt mal um So ist die Form nachher Natürlich wird die Aluminiumfolie jetzt verreissen Aber das macht nichts So Jetzt schälen wir die mal da ausser rum ab Und ihr seht Da kommt was unheimlich tolles raus Nämlich Ein Felsen Ja Ich gucke euch eigentlich mal den an Das ist ein richtig schöner Felsen Den ich jetzt natürlich noch vollständig trocknen lasse Und nachher farblich gestalten werde Aber das zeige ich dann nachher auch nochmal Wie man das macht Ich finde die klasse Das ist jetzt die Ausbeute Der gestrigen Gießarbeit Felsenarbeit Da habe ich jetzt einmal vier Stück gemacht Und Das Ergebnis lässt keine Wünsche offen Jetzt lasse ich das mal noch richtig trocknen Und dann Gehen wir an die Farbgestaltung So Der nächste Schritt bei der Felsengestaltung Aus Aluminiumfolie Der sogenannte Läberkäsfelsen Also Ich habe jetzt Nein ja letzte Woche Diese Felsen ausgepackt Aus der Alufolie Die sind jetzt gut durchgetrocknet Jetzt habe ich hier Ihr seht das Relativ dünnes Grau Ich nenne das jetzt einfach mal Steingrau Und Jetzt Werden die Felsen da damit angemalt Eigentlich wollte ich jetzt Zeitungspapier noch darunter legen Lassen das Holz jetzt so versauen Kleiner Moment Jetzt bin ich soweit Also Wir gehen jetzt mal her Und Das ist relativ dünn Diese Farbe Und streiche das jetzt einfach mal von oben bis unter ein Nein Ich sehe es schon Das muss ich mit der anderen Hand ein wenig halten So und das machen wir halt ganz gleichmässig Dann kann man ruhig ein wenig Suppe Und dann Wichtig ist, dass diese Farbe am Anfang relativ dünn ist, dass man hier nicht diese Spalte und Ritze zuschmiert. Also relativ dünn. Der Gips zieht das auch ein, der nimmt die Farbe gut auf und so, kann man schon lassen. Das erste ist schon fertig. Mehr brauche ich euch jetzt auch nicht zeigen, also wie gesagt wichtig ist, dass die Farbe sehr dünn ist, weil da kommen ja noch mehrere Schichten drauf nachher. So sieht es aus. Und jetzt lassen wir ihn trocknen. Beim nächsten Schritt hole ich euch wieder dazu. Liebe Freunde, nächster Schritt beim Leberkäs Felsen. Und zwar habe ich die ja jetzt so steingrau vorgrundiert. So sieht das jetzt aus. Und im nächsten Schritt werde ich die jetzt mit Wash behandeln. Das heißt, ganz dünne, schwarze Acrylfarbe. Die habe ich mir verdünnt mit Wasser. Also wirklich wenig Farbe und viel Wasser und zwei Tropfen Spülmittel. Da habe ich einen besseren Verlauf. Und wie gesagt, es gibt schwarz, ich habe dunkelgrau, ich habe hellbraun und ich habe dunkelbraun. Je nachdem, was man jetzt für ein Bild haben möchte. Wichtig ist halt, wenn man eine große Felsenfläche hat, schlage ich immer vor. Erst die Grundierung machen, dann die Felsen anbringen und dann erst die farbliche Gestaltung fertig machen, weil das dann gleichmäßig ist. Oder so viel Farbe schon anrühren, dass das für die Anzahl an Felsen reicht, die man machen möchte. Das ist mal wichtig, weil wenn ich dann noch eine unterschiedliche Farbgestaltung habe und die nebeneinander klebe auf der Anlage, sieht nicht so toll aus. So, also ich werde jetzt euch mal zeigen, wie ich das Wash aufbringe. Ich nehme jetzt in dem Fall ein schwarzes. Die Dose ist schon offen. Ich habe mich jetzt für dieses Felsenstück entschieden und da werde ich jetzt mal den Pinsel auffüllen mit Farbe und dann das da drüber machen. So, also, ihr seht, die Farbe tropft. Also so, die tropft drunter vom Pinsel, so soll das sein, also so dünn. Dann gehe ich einfach her und pinsel das ein und lasse das so runterlaufen. Ohne Rücksicht auf Verluste, dann steue ich den Fels da damit ein und saue. Der Sinn der Übung ist, dass die schwarze Farbe in die Ritze geht und die nachher hervortretet. Also, dass die Ritze bleiben nachher schwarz. Jetzt habe ich natürlich hier noch mehr schwarz gemacht, aber da zeige ich euch dann jetzt nachher gleich. Ich lasse das jetzt mal so 10 Minuten trocknen und dann zeige ich euch, wie ich weiter vorgehe. Und jetzt sieht man, wie nach kurzer Zeit, also das ist jetzt 5 Minuten her, das Schwarz eigentlich von der Fläche verschwindet, durch das, dass das sehr dünn ist und runterläuft und nur noch in den Felsspalten praktisch sichtbar ist. Und das ist der gewünschte Effekt. Ich kann jetzt hergehen und kann hier noch... Moment mal schnell, ich lege es mal kurz weg. Die Farbe ist ja noch feucht und ich kann jetzt hergehen und sagen, okay, hier ist mir etwas zu viel. Dann nehme ich einfach ein Küchentuch und mische da so ein bisschen drüber, da wo es mir zu viel ist und verstreiche das ein bisschen so. Aber so möchte ich das eigentlich haben. Da unten ist mir so ein bisschen viel, da läuft es zusammen, ja, okay. Aber so ist das. So sieht man jetzt. Toll. Ich habe hier eine größere Spalte, wo es schön schwarz hinterlegt ist, hier auch. Und das ist eigentlich der Wunsch, dass das so rauskommt. Gut, jetzt lassen wir die ganze Geschichte wieder trocknen und dann geht es weiter. Leberkäsefelsen, nächster Arbeitsgang. Also wir haben jetzt ja grundiert, dann haben wir ein schwarzes Wash auftragen, um eben diese Felsritze und Spalten hier ein bisschen plastischer vorzuheben. Und die soll auch so bleiben. Das heißt, ich mache jetzt die nächste Farbschicht drauf. Da habe ich mir hier was angerührt, auch wieder ein Grau. Ein bisschen anders wie die Grundierung. Wie gesagt, ich habe jetzt noch wenig gemacht, weil ich jetzt ja nur hier diese vier Stück machen will. Und da arbeiten wir jetzt ein bisschen trockener. Das heißt, der Pinsel wird nicht in die Farbe eingetunkt, dass er trillt, dass er tropft. Ich meine, die Farbe ist jetzt eh dicker angerührt. Das heißt, die tropft nicht mehr vom Pinsel runter. Aber das, was jetzt da drauf ist, wäre schon zu viel. Weil mit dem würde ich diese Spalte zuschmieren. Und das wollen wir nicht. Wir wollen nur oben drüber wischen. Also viele sagen da graniere dazu. Ich sage halt trocken streichen. Also trocken heißt in dem Sinn wenig Farbe auf dem Pinsel. Ich stelle jetzt mal schnell die Kamera um und dann zeige euch, wie ich das mache. So, wir haben jetzt hier den Felsen. Ich nehme den Pinsel und streiche den auch auf dem Papier ein bisschen aus, dass also wenig Farbe dran ist. So, und dann gehe ich nur so oberflächlich drüber. Das heißt, ohne Druck, ohne die Ritze zuzumachen. Das gibt dann nachher eine schöne Tiefenwirkung am Felsen. Also, wie man sieht, ich fahre nur so drüber. Sodass nur die oben liegenden Teile jetzt diese Farbe abbekommen. Das, was innen drin schwarz ist, bleibt schwarz. So, und wenn das nachher trocken ist, sieht man, dass das jetzt verschiedene abgestufte Farbe sind. So, das war's schon mit dem Arbeitsgang. Dann haben wir später noch einen Gang und dann ist das ganze Ding fertig. Okay. Und Jürgen, erzähl, was hast du jetzt vor, außer Kaffee trinken? Ja, also, Leberkäs, Felsen, vierter Farbauftrag. Vierter Farbauftrag kommt jetzt. Genau. Okay. Also, wir haben ja diese Felsen, haben wir ja grundiert, grau. Mhm. Dann haben wir ein schwarzes Wash auftragen, trocknen lassen. Dann habe ich gestern ein relativ dunkles Grau aufgetragen. Und heute kommt ein helleres Grau oben drüber, aber auch nur gebürstet, also nicht deckend. Mhm. Und zwar, darüber sollte man sich im Klaren sein, ich möchte Felsen prägend zum Wald simulieren. Dazu bin ich auch ins Internet gegangen, habe geguckt, wie so die Felsstruktur ist, wie die Farbgebung ist. Und da bin ich jetzt hier schon auf einem ganz guten Weg. Man kann natürlich auch, sag ich mal, Elbsandsteingebirge nachbauen. Mhm. Und was ist jetzt da der Unterschied? Elbsandstein, sag schon Sandstein der Name, ist rötlich, heller grau, gelblich, so Sandsteinfarbe eben. Das heißt, da hätte ich von Anfang an schon ganz anders angefangen mit der Farbgebung. Aber ich will eben ein großes Diorama bauen mit einem Viadukt, wo unter dem Viadukt noch so eine Felsenlandschaft ist. Und da orientiere ich mich eben an Bregenzer Wald, weil eben das auch Teil unserer Heimat, Bodensee Richtung Österreich ist. Da sind wir oft unterwegs zum Wandern und das gefällt mir unheimlich, die Gegend da und sowas möchte ich dann gerne ungefähr nachbauen. Und deswegen mache ich die Felsen so, wie die Felsen dort aussehen. Also, genug geschwafelt. Das war jetzt auch keine Werbung für die Ferieregion in Bregenzer Wald, gell. Das sage ich bloß, weil ich da gern bin. Also, ich habe jetzt hier Farbe angerührt. Relativ dick auch, das sieht man, die tropft nicht vom Pinsel. Und weil ich eben das nicht deckend haben möchte, streiche ich das auch an der Zeitung wieder aus, auf dem Papier. Das sage dann trocken und fahre so drüber. Der Effekt, den ich haben will, ist, die Spalten bleiben dunkel. Wenn die Farbe dünn wäre, würde die Spalten jetzt zulaufen. Das heißt, ich streiche die Farbe nur auf die Erhöhungen. Ich kann das intensivieren, indem ich eben an der Stelle, wo ich mehr Farbe haben möchte, mehr öfters drüber gehe. So, nochmal ein bisschen was holen. Wenn ich jetzt zum Beispiel hergehe und den Pinsel nicht gescheit ausstreich, dann sieht man, wird sofort mehr. Und das will ich aber nicht. Das heißt, ich gehe her, streiche den Pinsel aus und verteile mir das. Und hole immer da wieder was ab. So, und nachher, im nächsten oder im letzten Schritt, kommt dann noch Weiß drauf. Aber ganz trocken, um nur die Spitze zu kriegen, so. Das wartet schon mal. Und wenn ich den nächsten Arbeitsgang mache, der nächste oder der letzte, dann hole ich euch wieder dazu. Alles klar. In dem Fall lassen wir die noch schaffen. Und sagen wir mal, bis später. Bis später. So, jetzt schauen wir mal dem Jürgen über die Schulter, was er denn bisher schon alles gepinselt hat. Ja, während jetzt dahinter, die relativ weit fortgeschrittene Felsen, mal getrocknet. Also, die sind jetzt vor dem letzten Arbeitsgang mit Weiß, kommt dann noch drauf so. Und solange das noch getrocknet hat, ich denke, wenn ich schon daheim sitze, dann könnte ich mal die weitere vorgegossene Felsen. Da haben wir übrigens nach einem Leberkäse-Felsen-Verfahren auch solche Spitzen gemacht. Okay. Das hat der Michael mitgebracht. Ja. Das ist auch ein zogelüfteter, senkrechter Felsen. Weil, wie gesagt, alles, was hier so liegt, ist schon für das nächste Diorama geplant. Deswegen sind wir da jetzt ein bisschen in der Massenproduktion. Okay. Und der Michael hat heute Morgen auch wieder was mitgebracht. Ein wunderschöner, zergelüfteter Felsen, auch Leberkästechnik. Da drüben, guck mal zu meinem Finger, da liegen noch zwei, die wir mal auspacken müssen. Hast du die eigentlich noch im Arbeitszeit auf dem Schiff gemacht? Nein, 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 nein. Ich habe schon gedacht, nicht, dass wir da noch Ärger kriegen. Nein, nein, nach Feierabend. Also, wie gesagt, ich grundiere dich jetzt. Also, wie gesagt, das soll prägend zur Wald nachempfunden werden. Deswegen bewege ich mich da im Grautönebereich. So. Das haben wir ja eigentlich schon gezeigt. Aber trotzdem, ich finde das, ich habe da Spaß daran, ein Felsen malen. Ein Felsen machen. Wie man aus ein bisschen Moltofil und ein bisschen Alufolie in relativ ganz kurzer Zeit für wenig Geld viel erzielen kann. Ja. Kauf dir einfach einen Leberkäse, du hast das Material. Ja, dann wird es aber schon wieder teuer bei den Leberkäsen, die du da auch schläppst. Ah ja, mei. Und an dem Felsen gefällt mir besonders, dass der jetzt schon dahinter so richtige Spalten hat. Selbst das ist mit dem Modulieren mit dieser Folie möglich. Also, da geht es richtig tief rein. Da muss man zwar beim Ausformen ein wenig aufpassen, dass er da nicht bricht, weil der ist schon relativ dünn, aber echt toll. Oh, Vorsicht. Wir könnten ja, wenn unser Fest ist, Michael, könnten wir ja der eine oder andere Felsen auch in den Tombola tun, oder? Könnten wir auch. Vielleicht will da jemand einen. Oder was heißt, der, der ihn gewinnt, muss ihn einfach mit reinnehmen. Ja. Ja. Da haben ja schon mal andere Leute einen Steu in den Garten geworfen, oder? Wie siehst du das? Genau, so sieht es aus. Ja, bei dem haben wir dann ein Steu im Brett. Wenn man das so sieht. Könnte man auch auf den Schreibtisch legen, als Briefbeschwerer. Ja. Ja. Als Keil im Fenster oder an der Tiere ist es nicht geeignet, weil der wird brechen. Aber so ein Felsen als Briefbeschwerer. Ja. Der Fels in der Brennturm fällt mir da auch noch ein. Ja. Ja. Da gibt es ja viele Sportspiele zu Felsen. Ja. So. Und jetzt, während wir uns unterhalten haben, ist schon der nächste Felsen. Ja, genau. Einfach beim Gabbeln. So, da habe ich jetzt eine ganze Reihe schon vorgeschafft. Ja, das sind jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Felsen. Zehn Felsen gemalt, zehn Minuten ist das erledigt. Also zehn Leberkäse hast du jetzt gegessen. Nein, in der Summe haben wir vielleicht irgendwann mal, wir sammeln ja auch die Folie, gell? Zehn Leberkäse gegessen, wir sind ganz schön gefräsig. Gut, also ich gehe jetzt an den nächsten Arbeitsgang, ich gehe jetzt an die Digitalanlage. Du gehst jetzt an die Digitalanlage und tu da ein bisschen Gras streuen. Da kommen wir doch gleich mit. Genau. Alles klar. In dem Fall, bis gleich. Tschüss. Jürgen, magst du uns verraten, was du vorhast? Selbstverständlich. Dann sprich. Leberkäse, Felsen, letzter Teil. Letzter Teil. Ich habe gesagt, dass ich, also praktisch, das sind jetzt drei Farben drauf. Das sind drei Farben drauf, ich gehe mal näher hin. Grundiert grau, grundiert grau, hellgrau, schwarz, wasch sozusagen, ganz dünn runterlaufen lassen. Das sieht man hier in die Kante. Genau, in der Ritze sieht man sehr schön. Das ist schwarz drin. Ja. Dann mit dem Zwischengrau drüber, relativ auch trocken, sodass man eben diese Ritze nicht zumacht. Und jetzt will ich als letztes mit dem Weiß, also reines Weiß, sehr trocken, nur die Stellen, die im Pfälzer rausgucken, also die Kante, die rausstehen. Ja. Die will ich jetzt hervorheben. Dazu habe ich mir jetzt einfach hier eine klacksweiße Farbe drauf gemacht und mache den Pinsel, wie du beim alten, auch sehr trocken und gehe dann drüber. Jetzt sieht man, ich erwische auch nur die Kante. Oben drauf. Mhm. Also nicht in die Konturen drücken, sondern nur oben drüber. Sieht man das? Mhm. Man sieht es sehr gut. Ich kann ja eigentlich noch sagen, ich möchte ein bisschen mehr Weiß an. Aber das will ich in dem Fall gar nicht. Und so schaffe ich mich da halt durch, von oben bis unten. Mhm. Und Acht eben drauf, dass ich nicht die, das was vorher, zum Beispiel jetzt hier in dem Bereich, da haben wir so richtige, so einen Felsüberhang. Ja. Wenn ich jetzt den Weiß mache, hat der einen schönen Kontrast zu dem unteren Bereich. Das ist so der Sinn der Sache. Dass man dem eine gewisse Dreidimensionalität nochmal gibt. Eine optische Dreidimensionalität. Eine optische, ja. Ich meine es ist ja ein dreidimensionales Teil, aber trotzdem, durch das mit den verschiedenen Farben gibt es eine tiefe Wirkung. Das kann ich da oben nochmal rüber so. Das kann man natürlich auch mit Farbspray machen, mit der Spraydose. Aber, äh, ich mache das gerne mit dem Pinsel. Dann kann ich es individuell platzieren, wo ich es möchte. Und habe es dann nicht so großflächig drauf. So, für mich muss ich es mal angucken. Für mich ist der jetzt eigentlich soweit fertig. Was ich jetzt noch machen werde, aber erst im eingebauten Zustand, ist folgendes. Da wächst ja auch bestimmt zu einer oder anderen Gräschen. Das heißt, ich werde dann punktuell mit dem Pinsel da noch ein bisschen grün hin machen, als Untergrund fürs Gras. Das kommt aber ganz zum Schluss. So. Fertig ist der Felsen. Und jetzt schauen wir uns den mal ganz genau an, hätte ich gesagt. Ja, mach mal. Jetzt gehen wir da mal ganz nah drauf. Ja, man sieht schön. Fingernägel habe ich ja geschnitten, also von da her. Da habe ich es gar nicht drauf gefüllt. Kann ich filmen. Doch, da gucken schon einige drauf. Das sieht doch gut aus. Gell. Und es ist so steil prägend zur Wald ungefähr. 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 Okay. Ja, ich würde mal sagen, da haben unsere Abonnenten bestimmt wieder das ein oder andere rausgezogen. Genau. Aus unsere Videos oder unsere Zuschauer. Klar wird es auch mal wieder welche geben, die es besser wissen. Die haben wir auch. Die sind aber auch herzlich willkommen bei uns. Genau. Es gibt auch welche, die es anders machen. Genau. Auch alles gut, gell. Ja. Jeder kann so den Felsen machen, wie er will. Mir gefällt halt das. Genau. Ich sage immer, wenn einer zu mir kommt vom Maßstab her, sag ich weiß was. Wenn du das nächste Mal auf der Messe bist, auf dem Parkplatz, auf dem Kiesparkplatz, dann schaust du mal bitte, ob du zwei gleiche Kiesel findest. Wenn du sie gefunden hast, dann kommst du nochmal. Ja, genau. Oder? So sieht es aus. Genau. Dann schauen wir mal, wo der später landet, dieser Felsen. Viel Spaß beim eventuellen Nachbau. Jo. Gut. Jetzt haben wir das. Es gibt ein kleines Update von der Digitalanlage. Und zwar habe ich ja hier das letzte Mal, letzte Woche mal Gipst. Gipsbinden und Molterfil. Und das habe ich jetzt grün-braun. Für die Leute, die sagen, der Untergrund von Wiese muss braun sein, habe ich jetzt mal so eine kleine, extra für euch so eine kleine Mischung gemacht. Aber wie gesagt, da kommt ja so ein Grundstreu auch noch drauf. Von daher, alles gut, Leute. Es wird spitze aussehen wieder. Also, das geht ja hier hoch, hier hoch. Da muss man eigentlich dann noch gleich schon da ran. Klar. Hier hoch, hier hoch, bis zu den Tunnelportalen. Oben drauf auch. Da ist so ein angeklebter Felsen dran. Der bleibt dann eigentlich so grau, steingrau jetzt mal zunächst im ersten Schritt. Hier kommt Wiese und dann Schloss Branisch im Moment abgedeckt. Hier haben wir dann den Berg von der anderen Seite mit den Tunnels. Da muss ich noch diese Verkleidung in und rein kleben. Die sind in der Zwischenzeit gekommen. Das werde ich demnächst auch machen. So, so sieht das bis jetzt aus. Ihr seht also, es geht fleißig weiter. Morgen mache ich hier weiter in dem Ding vielleicht. Mal schauen, dann gebe ich euch weitere Infos. Meine lieben Freunde der Modellbahn. Es ist wieder soweit. Eine neue Lok, in Anführungsstrichen neu, hat den Weg auf meine Modellbahnanlage gefunden. Und zwar handelt es sich um die Merklin Artikelnummer 36606. Jetzt sagen bestimmt einige, so ein Schwäzer. Jetzt hat er doch gesagt, er kauft keine neue Merklin Loks mehr. Nein liebe Freunde, das ist keine neue Lok. Und zwar, in ZNKC ist ja das Bandless Fest, auch noch wegweisender Name, das Bandless Fest. Und da ist ein riesiger Flohmarkt dabei. Das sind zum Teil professionelle Flohmarktstände und zum Teil private. Also das ist ein riesiger Flohmarkt in Tettnang, der jedes Jahr Anfang September stattfindet. Und stellt euch vor, da war ein Privatmann, der Merklin Loks verkauft hat. Und zwar aus der Sammlung seines Vaters. Und da konnte ich nicht umhin, mir diese schöne Lok zuzulegen. Also, um was handelt es sich denn hier? Nehme ich den Karton mal runter, dann lassen wir die Gute mal ein bisschen im Kreis fahren hier. Also, es ist eine Baureihe 482 der SBB Cargo. Und sehr schön zu sehen, das war noch eine der ersten. Die hat hier oben auf dem Dach, wenn die Lok sich dreht, kann man das vielleicht noch besser sehen. Die hat hier noch vier Stromabnehmer drauf, also jeweils zwei Paare. Und zwar zwei für die Schweizer Seite und zwei für die deutsche Seite. Die Lok ist unterwegs im Güterverkehr und zwar seit 2002. Da kam die SBB Cargo, die ersten zehn Maschinen geliefert. Also, die Lok ist in der Realität 20 Jahre alt. Hergestellt wurde sie bei Bombardier in Kassel. Und dann kamen immer weitere dazu. Und die SBB Cargo besitzt zurzeit insgesamt 15 Lokomotiven diesen Typs. Das mal zur Theorie. Jetzt zum Praktischen, was ich für diese Lok bezahlt habe. Also, ich habe mal geschaut, in Ebay gebraucht, so zwischen 130 und 160 Euro. Digitalisiert. Der Verkäufer hat mir versichert, dass die Lok läuft. Auch digitalisiert. Und das will ich jetzt nachher gleich mal testen, ob das auch der Wahrheit entspricht. Das ist ja auf Flohmarktkäufe immer so eine Geschichte. Ich meine, er hat mir seine Telefonnummer und seine E-Mail-Adresse gegeben. Da gehe ich mal davon aus, dass das schon okay ist. Ja, ich habe dafür bezahlt 95 Euro. Also, eine Lok in einem optisch einwandfreien Zustand. Mit Verpackung, unbeschädigt, mit der Betriebsanleitung. Also, es ist alles dabei, was man sich wünscht, was man braucht. Und jetzt werden die mal, die lese ich jetzt gleich mit der Echos ein. Versuche das mal. Und dann schauen wir mal, ob das gute Teil marschiert. Was sie tut. So, die gute steht jetzt an der Echos auf dem Programmiergleis. Und ruckzuck hat es den Dekoder eingelesen. Jetzt versuche ich mal, das in Bewegung zu setzen. Also, das Spitzesignal funktioniert schon mal. Und siehe da. Sie fährt. Modellbahner Herz, was willst du mehr? Eine Lok für unter 100 Euro. Digitalisiert. Die jetzt zumindest mal vorwärts und rückwärts fährt. Die Sounds sind noch nicht belegt. Das kann ich aber machen. Das ist eine meiner nächsten Hightech-Aufgaben, die ich habe. Mit dem ESU-Lockprogrammer da mal rumzuspielen. Aber da ist ja so eine Lok, die man günstig geschossen hat, bestelliert dazu. Also, die kann ich da mal verwenden. Und versuch doch mal mein Glück. Halte ich dann auch auf dem Laufenden. Aber wie gesagt, ihr seht mal. Flohmarkt, Metall... Metall... Modellbaubörse und sowas. Da kann man echt tolle Schnäppchen machen. Und da werde ich auch weiterhin mich umschauen nach Merklin-Locks. Und die mir dann holen. Wenn ich meinen Aushilfslohn wieder gekriegt habe. Jeden Monat meine 450 Euro. Da kann ich dann loslegen. Künstler... Jugo war her... Mögen geworden... Mögen Robert... Mögen geworden Healthcare... UNTERTITELUNG 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 Musik Meine lieben Freunde, ungeheuerliches ist geschehen. Ich habe eine neue Modellbahnmarke aufgetan. Und zwar ist es die Firma Nörklin. Die Artikelnummer des Produkts ist 0815 mit 5 Sternen davor. Also es ist ein High-End-Produkt. Ich mache jetzt aber hier keine Werbung, gell? Das ist nur eine Vorstellung und ich sage das halt nur, weil ich das benutze und ich das so toll finde. Also wie gesagt, ihr seht hier die Verpackung. Wenn Sie mal oben auch ein wunderschönes Bild drauf von dem Produkt, das drin ist. Und auch seitlich beschriftet mit der Marke Nörklin. Und der Firmenname leitet sich ab von Nörklin. Das ist ein bekanntes Wort für meckern. Also dieses Produkt kriegen nur Leute, die ab und zu mal was zu meckern haben. Und ich bin in diesen Genuss gekommen. Jetzt zeige ich euch auch einmal das Produkt, das da drin ist. Aber wie gesagt, das ist keine Werbung, gell? Das ist nur eine reine Produktvorstellung von mir. Den gibt es auch gar nicht so oft. Und da ist jetzt dieser wunderschöne Waggon rausgekommen. Das ist der sogenannte Labor-Cast-Talk. Keine Werbung-Wagen. Ich lasse den jetzt da mal geschwinde eine Runde drehen. Also, wunderschönes Teil. So sieht der aus. Also wir haben hier einen ganz tollen Labor-Cast-Wecken, den man auch rausmachen kann. Auch das Verhältnis Labor-Cast-Wecken stimmt auch, gell? kann man gar nichts sagen. Und dann eben diese filigrane Bedruckung. Wie gesagt, keine Werbung steht drauf. Nörklin H0. Und auf der anderen Seite haben wir das irgendein schwäbische Eisenbeinle Featuring Dr. Retro Labor-Cast-Talk. Also ich bin hin und weg, dass jemand jetzt schon so was da auf den Markt bringt, gell? Also genial. Und wer ist denn prädestinierter, diesen Wagen zu ziehen, als die Litra von Mörklin? Die dänische Dampflok, die bei mir zweimal zurückgegangen ist, weil Teile aus der Verpackung gefallen sind. Also ich werde jetzt mal diese Lok aktivieren, das Wegele dahinter anhängen und dann mal eine Runde drehen lassen. Und jetzt kann ich auch mal das Geheimnis lüften. Also dieser tolle Wagen in dieser tolle Verpackung, den habe ich geschenkt bekommen von dem Jürgen aus Wangen. Aber der Jürgen aus Wangen, das Wangen bei Stuttgart. Sechs Kilometer weg von Göppingen. Der hat mich gestern besucht und hat mich mit diesem fantastischen Teil überrascht. Jürgen, vielen, vielen, vielen Dank. Also wirklich ganz toll. Der Jürgen hat auch einen YouTube-Kanal, der beschäftigt sich da viel mit Steuerungen, mit Blockstrecke-Steuerungen. So habe ich ihn eigentlich auch kennengelernt. CS3, solche Geschichte. Und der YouTube-Kanal vom Jürgen heißt eigentlich nur Modellbahn. Also wer da mal Interesse hat, kann sich das gerne mal angucken. Ist ein ganz toller Typ. So, jetzt habe ich genug Werbung gemacht. Und jetzt lassen wir das gute Stück mal fahren. Tschüss. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Liebe Modellmann-Freunde, was lange wird, wird endlich gut. Was hat das mit dieser Burg aus dem Mittelalter zu tun? Das ist von der Firma Vollmer-Fiesmann, die Artikelnummer 49910. Die habe ich mal zusammengebaut. Und was das mit dieser Burg zu tun hat, ist im ersten Schritt der Michael. Hallo. Und was lange wird, wird endlich gut. Sag jetzt nochmal, der Michael zeigt uns jetzt, wie man diese Teile altert. Also wie ich sie alter. Wie du sie alterst. Ja. Nicht wie man, sondern wie du das machst. Wie ich das mache, weil... Und wie wir das toll finden. Genau. Viele Wege führen nach Rom. Manche machen es kompliziert. Ich halte es relativ einfach. Ich mache es so, wie mir das gefallen soll und auch wird. Und das möchte ich jetzt einfach euch einmal zeigen. Quasi als Anleitung fangen wir ganz einfach mit diesem Turm hier an. Einen Turm, den kennt jeder. Einen Städteturm oder einen Burgturm oder der Bergfried, wie man so schön sagt. Und der kommt jetzt so aus dem Baukasten, wenn man den fertig zusammengebaut hat. Und wir fangen jetzt mit einem ganz leichter Wasch an in Schwarz. Vom Dach bis runter. Zwei Seiten mal dunkel zu machen, dass die Vertiefungen ein wenig besser rauskommen. Und da nehme ich jetzt euch mit dazu. Der Pinsel. Viel Wasser. Ich glaube, ich stand dazu auf. Ja, das kannst du ja machen. Also das ist eine ganz wässrige Konsistenz. Also fast mehr Wasser wie Farbe. Guck her. Und jetzt trage ich das einfach so auf und lasse das runterlaufen. Ohne Angst einfach wild drauf. Ohne Angst einfach drauf. Das erste, was man verlieren muss, das ist die Angst vor der Farbe. Ja, dass es nichts wird. Genau, die Angst, die musst du verlieren. Okay. Klar, Übung macht den Meister. Mal kommt was, besser raus oder so. Ja, ja. Und einzelne Tropfen einfach verstreichen. Weil die Burg, die steht ja jetzt erst seit gestern. Die steht ja schon ein paar hundert Jahre. Genau. Und wie oft hat es da drauf geregnet, drauf geschneit. Die Umwelt. Flugzeuge sind drüber geflogen. Ja, Flugzeuge sind drüber geflogen. Dampflokomotiven sind drauf vorbeigefahren und haben rumgerüstet. Okay. Ich sehe schon, du. Das ist Angst, dass du keine. Nein. Und die ersten Ergebnisse, Herrgott sieht, man sieht, dass ein Tuch drunter liegt, dass nichts aufs Anlagebrett kommt. Aber man sieht jetzt schon, wie in der Ecke die Farbe da drin hängen bleibt. Und schon ein bisschen die Modellstruktur herausbringt. Ich gehe jetzt mal ganz dicht auf so ein Stück Mauer. Ja. Dass man das auch sieht, wie das jetzt aussieht. Frisch auftragen. Ja. Es sind ja die Fenster und alles drin. Das macht alles nichts aus. Nein. Das kannst du ja wieder mit dem Tuch raus holen. Gut, da wird es der eine oder der andere wieder sagen. Na, 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 na. Das macht man doch anders. Ja, man kann es anders machen. Ganz klar, liebe Leute. Jeder hat seine Methode. Anders machen. Man kann das mit Airbrush machen. Ja, genau. Man kann das mit Spraylack machen. Man kann das mit allem möglichen. Mit Pfüferchen. Aber wir, oder der Michael in dem Fall, wir machen das so. Und uns reicht es und gefällt es auch. So, das ist jetzt mal die erste Seite. Die erste Seite. Jetzt geht es an die zweite Seite. Du machst, genau. Dass man den Vergleich sieht. Also wir haben gesagt, wir machen jetzt mal zwei Seiten von den vier. Ja, ich habe mir jetzt noch ein bisschen mehr Farbe ins Wasser geholt. Ja. Das war jetzt doch zu viel. Aber wir haben ja, wir sind ja vorbereitet. Eins, zwei, drei, vier Tropfen Wasser aus der Pipette. Mit der Pipette, ja, dass man das dosieren kann. Genau. Und gleich von vornherein, vom letzten Mal Pinsel waschen, das dreckige Wasser ja nie wegschütten. Ja. Das kann man da super gut brauchen. Guck her, jetzt haben wir da ein bisschen mehr Farbe drin. Und jetzt schaffen wir die Ecke voll und schön zu. Das ist vielleicht die Seite, die der Bahnlinie zugewandt ist. Ja, genau. Aber wir ergreifen ja nachher, wenn das ein paar Minuten angetrocknet ist, ja eh zum Tuch. Und jetzt tragen die Farbe dann wieder ab. Ja. Und das, was in den Ritzen hängen bleibt, das tragen wir natürlich nicht mit ab. Ja. Okay, dann würde ich sagen, dann malst du das mal voll an. Ja, mache ich. Und dann komme ich nachher dazu, wenn du abwischen tust. Genau. Oder wenn es schon abgewischt ist. Übrigens habe ich dir schon gesagt, dass mir das gefällt, was du da machst. Nein, das hast du noch nicht gesagt. Aber dann sage ich das jetzt. Liebe Leute, Schritt zwei der Alterung. So sieht der Turm jetzt aus. Total versifft und verratzt. Kannst du mal drehen auf die unbehandelte Seite. So war es vorher. Das lassen wir jetzt immer als Kontrast, gell? Ja. So war es vorher, so. Und der Michael ist jetzt noch circa drei bis vier Minuten schon am Abwischen. Ja. Zeige euch das. Und zwar nimmt er da so ein Papierhandtuch. Genau, uns gewöhnliches Papierhandtuch. Das ist übrigens dasselbe Papierhandtuch. Was ich auch fürs Wasser nehme. Das ist ja auch fürs Wasser nicht. Also vielschichtig einsetzbar. So und jetzt schaut es mal her. Fertig gehen wir ganz nah drauf. Da wo ich jetzt nicht dran komme mit dem Papier, da ist so ein leichter dunkler Film drauf. Also wir haben jetzt den Plastikcharakter erst einmal richtig schön gebrochen. Ja genau, das sieht man da oben am Dach. Genau am Dach, da sehe ich gerade noch einen Tropfen im Wind. Und wir haben jetzt natürlich hier den Plastikcharakter und hier ist schon ein bisschen dunkler Charakter. Also wir haben jetzt schon ein bisschen deutlich was gebrochen. Und wenn du jetzt schaust, hier unten am Turm selber, ich wisch jetzt da bloß einmal drüber. Siehst du, im Vergleich zu da drüber. Ja. Und jetzt hier? Ja, da kommen eigentlich die Backsteinrille. Genau, da kommen die Rille brutal raus. Und der helle Kunststoff, der ist jetzt auch natürlich schon ein wenig eingefürfbar. Ja, ja. Ein wenig gedunkler. Eine deutliche Realitätsnähe. Ja, also die Realitätsnähe ist schon mal deutlich erkennbar. Ja. Und das was jetzt noch im Tuch drin ist, das wische ich ja jetzt noch mit drauf. Ja, ja. Und man muss ja nicht komplett alles runter wischen, man kann ja auch bloß einzelne Stellen machen. Ja, genau. Und andere Stellen einfach so verdunkelt lassen, weil ein Stein, der altert ja nicht immer gleich. Ne, es kommt auch davon, Wetterseite, Nicht-Wetterseite, Straßenseite, Nicht-Straßenseite. Schauen, jetzt hast du hier nochmal den Vergleich. Das ist das Ursprungs-Kunststoff-Bausatz. Bausatz. Und das ist das erste Schritt gealtert. Ja. Wie kann das? Mit wie viel Aufwand? Fünf Minuten. Eben. Fünf Minuten und zwei Pinsel voll Fahrt. Ja, genau. Ja, ja. Also wie gesagt, man kann das auch anders und aufwendiger machen. Klar, der Profi, der macht es natürlich aufwendiger. Der greift so erbrasch und so verschiedenste Pülferchen und Haftvermittler und alles. Ja, ich sage nicht, dass das nicht verkehrt ist, aber mir persönlich ist das zu aufwendig. Ich will im Leben ja mit der Modelleisenbahn fertig werden. Genau. Und das ist ja unser Thema, zu zeigen, wie kann man es schnell und gut machen. Auch. Ja. Also für meine Begriffe würde ich das so lassen. Noch einzelne Sequenzen vielleicht noch ein bisschen rausheben. Jetzt mit dem Dach, da werde ich nochmal drüber gehen. Mit ein wenig mehr Farbe und weniger Wasser, dass man die tiefe Struktur von den Dachschindern nochmal rausholt. Und dann sind wir eigentlich im ersten Schritt schon durch. Habe ich dir schon gesagt, dass mir das gefällt? Ja, jetzt zum zweiten Mal. Okay, ich bin vergesslich. Ich finde das super schön da. Ja. Es ist das einfachste Mittel. Ja, ja, okay. Also Michael, wenn du im nächsten Schritt bist, rufst du mich einfach. Jo. Ich bin ja in der Nähe. Ja, du bist in der Nähe. Ich bin digital unterwegs. Du bist digital unterwegs. Gut. Ich schreibe dir dann analog, wenn ich bin ein SMS. Okay. Okay. Bis dann. Bis dann. Kamera läuft. So, wir sind beim Schritt 2 der Alterung. Ja. Hier sieht man jetzt nochmal zum Vergleich. Aus der Packung fertig zusammengebaut. Und hier nur im ersten Schritt mal ein flüssiges Wurst in zwei Durchgängen. aufgetragen, reines Pechschwarz. Gut, sehr schön. Und mein Gedanke. Ich habe dir schon gesagt, dass mir das gefällt. Ja, hast du gesagt. Mein Gedanke war jetzt, dass ich mit etwas weniger Wasser und dafür mehr Farbe mit einem schönen, großen Pinsel jetzt mal am Dach zeige, wie man das altert, wie man das dunkler macht. Mit einem harter Pinsel. Nein, das ist eigentlich ein relativ weicher Pinsel. Okay. Kein harter Pinsel. Ich mag es nicht so hart. Eher weich und dafür öfters drüber. Wie? Kann ich jetzt filmen, wie hart der Pinsel ist? Nein, das nicht. Okay. Aber das müsst ihr einfach glauben, dass das ein relativ weicher Pinsel ist. Da steht doch was drauf auf dem Pinsel, oder? Da steht bestimmt was drauf. Was steht denn da drauf? 10. 10 Da Vinci Junior Synthetix. Okay. Auch noch Plastikpinsel. Ja. Ist ja auch ein Plastikbausatz. Ja, ja, ah ja. Okay. So. Jetzt ist da. Ausstreichen wieder. Genau. Auf dem Tuch. Auf dem Tuch. Auf dem Tuch. Und jetzt gehen wir da her. Ich stelle es jetzt bewusst einmal her. Ich gehe jetzt nur aufs Dach. Ja. Jetzt fangen wir da oben an. Okay. Oh ja, man sieht das gleich. Jawohl. Jetzt werden natürlich wieder viele sagen, das ist viel zu viel schwarz. Ja, aber da kommt noch andere Farbe drauf. Keine Angst. Ja, okay. Es ist ja aber ein altes Gemäuer, gell? Ja, es ist ein altes Gemäuer. Das hat schon viel erlebt. Ja, das hat schon viel erlebt, viel gesehen. Da steht ja auf der Packung von der Firma voller drauf. Vollmer. Vollmer. Aus dem Mittelalter. Ja, also Mittelalter. Wie viel Jahrhundert war das? Was ist Mittelalter? 13, 14. Da verwischst du mich jetzt ganz kalt. Also, ja, ich glaube 13, 14, so was. Also, siehst du. Schau mit dem trockenfrühen Würstchen. Da habe ich, glaube ich, in Geschichte geschlafen, wo Mittelalter, Renaissance, Gotik, was gibt es da alles? Eisenzeit. Das war aber, glaube ich, viel früher, das war viel früher, das weiß ich, aber Mittelalter, ich weiß bloß, wie es bei uns ist, Mittelalter, das ist zwischen 30 und 40. Ja, genau, das ist Mittelalter, ja. Bin ich auch bald. Du bist im Schwabenalter. Ja, passt. Soll ich auch einen Spätentwickler geben. Ja. Also. So, und jetzt hast du einen direkten Vergleich. Ja, also hier gealtert, hier jungfräulich. Ja. Gut, dann warte ich, bis du mir signalisierst, der nächste Schritt kommt und dann komme ich wieder her. Ja, im nächsten Schritt kommt dann schon ein bisschen Weiß, ein bisschen Grau mit dazu. Okay. Dass wir alle natürlichen Einflüsse ein bisschen darstellen können. Alles klar. Gut. Dann bis nachher. Ja, bis nachher. So, und jetzt geht es Schlag auf Schlag. Wir sind schon wieder bei Michael, beim Alterungsprozess. Ja, und jetzt sind wir bei Schritt Nummer 3. Okay. Ich habe jetzt hier ein Steingrau und da setze ich bloß im Trockenbürsten mit ganz wenig Farbe, ein paar Anancen. Nuancen. Nuancen. Und spiele mit dem Farbkontrast. Wir haben ja hell angefangen, sind dann immer dunkler geworden und jetzt tue ich bloß ein paar Stellen wieder mit hellerem Grau aufhübschen. Ja. Am Dach oben habe ich angefangen, auch bloß runterbürsten, dass das Dach nicht ganz so grau ausschaut. Das kommt auch immer darauf herauf, von welcher Seite, wie wir das nachher anschauen, wie das Licht ist. Genau, wie das Licht drauf fällt. Da sieht es manchmal heller aus, manchmal dunkler. Genau, und das wollen wir ja damit auch erreichen. Genau. Zwischenzeitlich habe ich auch mit einem kleinen Pinsel hier an der Ecke, sieht man es, habe ich auch ein Noster gesetzt, dass ich einfach sage, man fährt mit dem Pinsel einmal in der Ecke lang. Da fahre ich jetzt nochmal mit dem größeren Pinsel drüber und tue mir die gesetzte Nuancen wieder ein bisschen verändern. Okay. Ja, nicht viel, bloß ein bisschen. Und jetzt kommt. Jetzt haben wir die eine Seite. Okay. Jetzt mache ich mit der Nächsten weiter, auch bloß wieder ein bisschen in Farb rein stupfen, ausbürsten und dann zeige ich es euch einmal. Siehst du das? Ja, genau, wenn du so hebst und ich kann es so filmen, dann ist es super, ja. Man sieht also deutlich, dass da jetzt etwas Helleres kommt. Ja. Das sieht also jetzt im Film, also an der Kamera, die Kamera zeigt das richtig grau, das Ganze, aber wenn ich jetzt das eins zu eins anschaue, sind das wirklich nur Nuancen, also wirklich nur Andeutungen. So ist es besser, genau, jetzt habe ich mehr Licht und ziehe das nur als Andeutung. Genial. Ja. Wirklich nur eine Andeutung, hier ein bisschen, denn da unten vielleicht ein bisschen. Ja. Das ist auch geschuldet dem, dass das Licht jetzt leuchtet und die Farbe ist ja nass und dann spiegelt es. Ganz klar, wirklich. Und dann denkst du, das ist komplett grau. Es sind aber wirklich nur kaum sichtbare Andeutungen. Es ist auch wirklich ganz wenig Farb im Pinsel. Jetzt zeige ich es hier am Dach, weil da haben wir einen Untergrund, schon dunkel, da fällt es noch besser auf. Jetzt gehe ich noch einmal in das, was ich abgestreift habe. Ich glaube, so siehst du es ganz gut mit der Kamera. Ja, so sieht es noch gut, ja. Weil jetzt kommt auch die Struktur vom Dach ein bisschen besser raus. Und im Großen und Ganzen war es das schon. Okay. Und was kommt jetzt nachher noch als letztes noch drauf? Als letztes kommt dann noch vielleicht hier und da noch zum Kanterbrechen ein bisschen ganz wenig Weiß. Okay. Und je nachdem, wie es ins Gesamtbild passt, vielleicht hier und da noch einen grünen Touch, wo vielleicht, weil der Atomterschied jetzt sei gestern, irgendwo an der Nordseite wird hier bestimmt noch Moosrom erwachsen oder sonst. Efeu, digitales Efeu. Genau, digitales Efeu. Genau, digitales Efeu. Und jetzt nochmal der Vergleich. Warte. So aus der Packung. Ja. Ja. Und so mit ganz wenig Aufwand. Super. Also es ist kein Hexenwerk. Nein. Aber man muss ein Gefühl dafür haben. Ein bisschen ein Gefühl, ja. Vielleicht auch ein Gefühl. Und was gefällt mir? Eine grobe Vorstellung. Eine Vorstellungsgabe. Genau. Wo bin ich hell, wo bin ich dunkel? Ist es ein Freudenturm? Ist es ein Brandturm? Ja, genau. Haben wir ja schon gesagt. Genau. Auf jeden Fall, ich finde es wunderschön. Gut, also dann warten wir auf deine Info, wenn der nächste Schritt entsteht. Ja. Gut. Wir sind jetzt wieder bei Michael. Und zwar kommt jetzt die letzte Farbe auf diesem Turm. Und das wollen wir jetzt mal zeigen. Ganz ausgebürsteter Pinsel mit nur ein bisschen weiße Farbe. Und nur ein paar Nuance ersetzen. Das war schon zu viel. Aber das macht ja nichts. Wir können uns die Farbe ja wiederholen und verteilen. Und viel mehr würde ich da jetzt gar nicht machen. Ja. Dann sind wir eigentlich schon durch. Der Rest tue ich jetzt noch auspinseln. Mit weißer Farbe. Und setze meine Nuance. Und dann sind wir eigentlich schon fertig. Super. Das war es gewesen. Dann gucken wir auch wieder, wenn es durch ist. Genau. Da bin ich gleich soweit. Liebe Freunde, letzter Teil der Alterung. Ja. Der Michael schwitzt. Nein, er schwitzt nicht wirklich. Er ist höchstens ein bisschen nervös. Weil die letzte Farbe weiß ist immer kritisch. Man kann damit viel bewirken, aber man kann auch viel verhunzen. Okay. Also hier habe ich jetzt schon mal einen Versuch gemacht. Okay. Der fängt euch ganz gut. Man sieht, wir haben bei Rot angefangen. Es sind über Schwarz nach hellem Grau. Und jetzt das Reis. Das macht jetzt mal der letzte Fitzel aus. Sprich Regerablagerung. Sprich der Kalk etc. Und hier habe ich jetzt schon mal weiter nach runter den Pinsel ausgebürstet. Und jetzt zeige ich euch das mal hier. Ganz wenig einfach nur drüber gegangen. Ja. Und hier im Lichtschatten zeige ich euch das nochmal. Einfach nur ganz leicht mit ganz wenig Druck drüber gehen. Da wo die Farbe hängen bleibt, da bleibt sie hängen. Ist jetzt also nicht kontrolliert. Hier unten ist die Grundfarbe vom Bausatz. Verschwarzt. Bisschen Grau. Bisschen Weiß jetzt noch drüber. Und hier oben am Dach setzen wir jetzt noch ein bisschen Konturen. Und dann im Großen und Ganzen ist es das gewesen. Und als Tipp von mir. Ich schaue immer ganz gern bei Spielfilmen. Gerade bei Horrorfilmen. So aus den 60er Jahren. Ja du lachst irgendwann. Aber schauen wir aus den 60er Jahren. Zum Beispiel die Horrorfilme. Die Hammerfilme. Mit dem Christoffer Lee als Dracula. Das ist jetzt keine Werbung. Die Burg, wo er drin haust und seine Opfer immer hinlockt durch irgendwelche Zufälle. Die gibt es gar nicht. Das ist ein Gemälde auf einer Glasplatte. Okay. Auch bei 20.000 Meilen unter dem Meer. Weil Disney die Insel, wo zum Schluss der Nemo mit seiner Nautilus hinflieht. Die Basis. Die ist auf einer Glasplatte gemalt vor die Kamera hingehalten. Okay. Und die Kamera die ist in einem Helikopter. Und der Helikopter fliegt über dem offenen Meer. Während eine Filmkulisse auf einem echten Unterseeboot von der Marine. Jetzt habe ich wieder was gelernt. Umgefahren wird. Ja. Making of. Schaut euch Making of an von den alten Spielfilmen. Blick hinter die Kulisse. Man kann so viel lernen. Und die schaffen auch bloß mit eifachen Mitteln. Ja, ja, ja. So. Ich weiß bloß, dass früher bei Captain Future. Captain Future. Da bist du zu jung dafür. Das kennst du wahrscheinlich nicht mehr. Die Zeichendrickserie, die kenne ich. Ja, aber da gab es auch Filme früher. Ah, den Film kenne ich nicht. Und das war eine originale Wurstdose, das Raumschiff. Echt? Ja, ja. Wie bei Raumpatrouille Orion. Ja, ja, ja. Da haben sie auch einen Wasserhahnenglaub gehabt. Ja, ja. Irgendwo als Kommunikationsmittel. Ja. So. Gut. Wunderbar. Im Großen und Ganzen kommt dann jetzt noch. Jetzt sieht man gerade noch die Seite, die original ursprünglich ist. Genau, die da. Das Rest mal nochmal. Äh, 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 gealterte Seite. Unterschied wie Tag und Nacht. So, und was wir nachher machen können, mal spaßeshalber zum verdeutlichen, wie das Ganze den letzten Endes wirkt, stellen wir den jetzt einfach einmal bei dir auf die grüne Digitalanlage. Aha, okay. Und gucken wir mal aus drei Meter in vorne drauf. Okay. Können wir machen, ja. Okay. Ich mache jetzt hier noch fertig. Dann mache ich dann Fotos mit der Kamera. Ja, genau. Ich mache jetzt vielleicht noch hier ein, zwei Neuasser fertig. Ja. Gerade hier oben am kleinen Dach. Gut. Und dann machen wir noch kleine Fotos zwischen. Michael, vielen Dank für das Video, für diese Erklärung. Habe ich dir schon gesagt, dass ich das super finde? Ja, nicht wirklich. Okay. Also ich finde das super. Okay. Und, äh, und das muss ich ja alles selber machen, oder? Naja, aber ich kann ja so Stück für Stück, kann ich ja weitermachen. Ja, okay. Super. Ich zahle dafür einen Leberkäse weg. Ah, das ist aber nett. Alles klar. Also dann, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, ja. Hallo liebe Modellbahnfreunde. Es ist wieder Zeit fürs Fazit der vergangenen Woche. Wir haben heute schon Montag, der neunzehnte, ja, der neunzehnte September. Aufgrund der Ereignisse in der letzten Woche komme ich erst heute dazu, den neuen Film hochzuladen. Ich hoffe, er macht euch irre Spaß. Also letzte Woche war wirklich eine heiße Woche für uns, für der Michael und für mich. äh, wir hatten Besuch vom Jürgen, den sein Modellbahn, den sein Kanal YouTube heißt Modellbahn, schlicht und ergreifend. Modellbahn. Müsst ihr euch mal anschauen. Jürgen, dir vielen, vielen Dank für deinen Besuch und für das nette Gespräch, das wir hatten. Und das tolle, tolle Geschenk, das du mir gemacht hast. Das zeige ich auch in einem kleinen Fahrvideo. Dann war, haben wir ein Stargast gehabt. Michael Schulz hat mir geschrieben, wieso Stargast? Ich bin doch gar nicht eingeladen. Also lieber Michael. Geil. Es gibt da auch ein Leben vor und nach Michael Schulz. Es war der Alex Scheitmann, war bei uns. Den kennt der eine oder andere auch. Er hat auch einen tollen YouTube-Kanal und er beschäftigt sich hauptsächlich mit Dioramenbau. Ist ein Meister von Felsengestaltung. Also er macht das halt auf seine Art. Dann Bäume. Also Bäume ist ein großes Thema. Und ihr seht auch in dem Video, oder habt gesehen, die zwei Solitärbäume, die er uns da mitgebracht hat. Trauerweide und eine ganz tolle Eiche, die natürlich einen Ehrenplatz auf meiner Anlage kriegt. Die Trauerweide gehört dem Dr. Retro. Die darf der Platz hier, wo er möchte. Ich habe mal gehört, so heimlich verlauten lassen, weil sie sich daheim auf der Nachttisch stellen. Ist auch gut. Kann er machen. Dann war ich am Samstag bei Markus Modellbahnräume TV in Bad Dürrheim. Der hat einen ganz, ganz tollen Tag für mich und für zehn weitere YouTuber organisiert. Wir waren bei der Soma Faller. Die haben uns da alles gezeigt. Wir haben die Neuheiten von 2023 gesehen. Also es ist einmalig, dass sie das uns schon alles gezeigt haben. Da habe ich auch ein paar Sachen gefüllt. Dann waren wir an der Donauquelle. Also auch kulturell haben wir da was unternommen. Donauquelle, Donauversicherung und so weiter. War sehr interessant für mich. Dann habe ich auch gleich gesehen, wo der Donauradweg anfängt. Da bin ich also am Anfangspunkt gestanden. Grüße an meinen Bruder und meinen Schwager. Ich weiß jetzt, wo es losgeht. Dann waren wir noch bei Modellbahnhauer. War auch interessant, der Lade. Aber ich muss euch voller Stolz sagen. Ich habe weder bei der Firma Faller. Ich meine, gut, da haben wir eine Tüdle gekriegt. Noch in dem Modellbahngeschäft was gekauft. Und ich bin stolz auf mich. Ich habe wieder gesagt. So, aber nichtsdestotrotz haben wir in dem Film gesehen, zwei, wie ich finde, tolle Tutorials. Einmal der sogenannte Leberkäsfelsen von Anfang bis Ende durchgearbeitet. Und Michael hat Gebäude gealtert. Da haben wir auch was gemacht, die Schritte vorgestellt. Also wie gesagt, das sind Sachen, die uns so gefallen. Und wir wissen, wo das Modell oder das gealterte Modell und die Felsen hinkommen. Und deswegen sind die genau so geworden, wie sie geworden sind. Ja, das zu dem. Ja, wie gesagt, ich hoffe, der Film hat euch Spaß gemacht. Und wenn jetzt der Michael da wäre, würde er sagen, bleibt dran. Bis nächste Woche. Es bleibt sehr, sehr spannend. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Film. Wir sehen uns. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.